Rhein-Unsche ist der Name einer 1992 in Duisburg-Kasslerfeld errichteten Skulptur an der Mündung der Ruhr in den Rhein bei Rhein-Kilometer 780. Sie wurde von dem Kölner Bildhauer Lutz Fritsch aus Stahl gefertigt und bildet eine Landmarke. Die Flussmündung, der größte Binnenhafen Europas, der Ort Duisburg als wichtiger Standort für die Stahlindustrie, Für Technologie und als Standort des Lehmburg-Museums als bedeutendes Museum für moderne Skulptur in Europa sollen alle Aspekte des Duisburger Wirtschafts- und Kulturlebens miteinander verknüpfen. Die Skulptur ist 25 Meter hoch, 7 Meter breit, 1 Meter tief und wiegt 83 Tonnen. Die Kosten der Herstellung betrugen über 400.000 Deutsche Mark. Die auf Initiative der Wirtschaftsjunioren der IHK Niederrhein von Unternehmen gespendet wurden, der Name Rhein-Unsche ist ein Wortspiel. Bei der leuchtenden Farbe handelt es sich um den Farbton RAL 2004 ist gleich Rhein-Unsche. Die Skulptur ist Bestandteil der Route der Industriekultur. An der Skulptur endet der 230 Kilometer lange Ruhrtalradweg sowie die Tortur der Ruhr, der längste Ultramarathon Deutschlands. Galerie 4 10 10 15